Überall auf der Welt gibt es Frauen und Männer, die sich für ein und dasselbe Ziel einsetzen. Dieser Film ist eine Liebeserklärung an alle Lehrerinnen und Lehrer. Wenn du eine Lehrerin ist, hast du nicht nur die Reussiten, und das ist das die Schmerz. Wenn du eine Lehrerin ist, hast du nicht nur die Reussiten. Ich bin ein Kind. Es ist ein Kind. Du bist in der 50.000 Têtes. Du musst sie mit einem Erfolg bringen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Die Situation ist, ihre Arbeit. Als ihr vor dem Kinder, der alle Probleme verletz, wird es nicht vergessen. Mit jedem Einsatz verändern sie die Welt Stück für Stück. Jeder ihrer Erfolge ist für die Kinder ein Versprechen für mehr Freiheit.